Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Watch Dogs. Ja, in der letzten Folge haben wir es ja geschafft, da in das Gebäude reinzukommen und auch wieder erfolgreich rauszukommen und den Virus zu installieren. In dieser Folge, ich will hier jetzt erst einmal kurz zur Wohnung gehen, wo war die... Ach du Scheiße, die ist ja... Oha. Einmal kurz schlafen legen und dann... Oder sollen wir direkt mit der nächsten Mission weitermachen? Sollen wir direkt mit Action World weitermachen? Ich würde auch mal ganz gerne gucken, gibt es hier nicht irgendwelche Bekleidungsgeschäfte? Der sieht doch aus wie ausgekotzt, der Typ. Kann man hier nicht irgendwie... Muss es doch, aber was... Hier können wir noch gar nicht rein, oder wie? Oder doch? Doch. Doch, hier können wir auch rein. Hier waren wir nur noch nie. Deswegen wissen wir ja auch nicht gescheit, wie es aussieht, oder? Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Mist! Jemand dringt in ihr Spiel ein. Och, nö. Da habe ich ja gerade überhaupt keinen Bock drauf, um ehrlich zu sein. So, der muss hier irgendwo sein. So, dann haben wir jetzt hier den Profiler geöffnet. Mal gucken, hoffentlich finden wir den Typen. Nicht der Hacker. Nicht der Hacker. Nicht der Hacker. Ich gebe mir aber erst gerade auf den Sack hier. Ich wollte hier mit der Mission weitermachen. Wahrscheinlich ist die alte da auch nicht der Hacker, ne? Nicht der Hacker. Nicht der Hacker. Nicht der Hacker. Nicht der Hacker. Hä? Nicht der Hacker? Nicht der Hacker? Alter, bist du der Hacker? Nein, du bist nicht der Hacker. Da hinten. Aber der hätte aber gut gepasst. Der wahrscheinlich auch nicht, ne? Wenn die da schon so zu zweit rumstehen. Aber man wird die da auch nicht stören. Bahn. Ihre Daten werden gestohlen. Das geht mir auf den Sack. Bin ich, dass meine Daten gestohlen werden? Nicht der Hacker, nicht der Hacker. Bist du der Hacker? Nicht der Hacker. Das kann doch gar nicht sein. Wo ist denn der Typ? Small. Planschkuh. Gehe ich auf den Sack? Nicht der Hacker. Nein. Nope. Nicht der Hacker. Alter, bin ich blind? Vermutlich. Musik. Auf damit. Nicht der Hacker. Der muss ja doch irgendwo laufen, ey. Soll ich hier was erreichen? Ihre Daten werden gestohlen. Hacker identifiziert. Auch cool. Töten sie. Der Hacker, ja, ja. Nein. Kann ich damit rechnen, dass er hier auf einmal selber abhaut? Nein. Ich habe aber echt nicht damit gerechnet, dass er da im Auto sitzt. Aber, klar, stand da ja auch. Der kann überall sein. So. Steck aus. Ich wünschte. Ich wünschte, es würde immer so laufen. Aber die Sachen da. Toxenum. Ja. Online-Hacking. Gegner getötet. Hack beendet bei 80%. Aber war das jetzt... Ich verstehe das nicht. Ja, ich stelle mich ein bisschen blöd an. War das jetzt hier so online? War das jetzt ein anderer Spieler? Oder wie? Ich... Wollen wir jetzt erstmal hier die Stretch-Limo. Skill-Punkte erhalten. Ich weiß nicht, wie viele Skill-Punkte wir jetzt noch brauchen. Ähm... Bis wir... Ach ne, das war hier. So. Wo ist der Fähigkeitenbaum jetzt hier nochmal? Da. Steht's doch. So, Hacken. Ne, können wir mal noch nicht. Wie viel fehlt uns denn hier noch? Zwei Punkte fehlen uns noch. Okay. Dann weiß ich ja Bescheid. Bleib mal locker, Alter. So. Fahren einfach alle mit Vollgas da rein. Ah, ich will immer hier Escape drücken. Zum Öffnen. Was haben wir denn hier? CTOS-System. CTOS-Turm. Schaltet interessante Orte frei. Ja, machen wir das doch mal. Weiß war ja noch nicht, was mit interessanten Orten geht. Wie gemeint ist, aber... Vielleicht ist das irgendwie so ähnlich wie bei Far Cry, wo man hier... Also Far Cry 3... Wo man da diese Funktür immer auch da... Freischalten muss. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Gibt das cool. Macht mir Spaß. So. Hm. Ach ne, komm. Wir fahren einfach mit unserer Stretch-Limo. Weil wir sind ja solche... Ja, wir sind besondere Persönlichkeiten. Genau. Ganz besondere Menschen. Und vor allen Dingen du. Genau. Du. Was ist das denn hier? Verbrechen erkannt. Komm. Da hinten beginnt gleich ein Verbrechen. Da wollte ich ja eh schon fast hin. So. Überall werden Verbrechen erkannt. Ja, ich geb ja schon Gas. Das Ding fährt nur nicht schneller hier. Es ist keine Stretch-Limo. Äh, es ist eine Stretch-Limo. Doch. Es ist... Es ist in der Tat eine Stretch-Limo. Aber es ist kein E-Zug. Und so. Verbrechenswahrscheinlichkeit... 25%. 25%. Bis Schatten. Beruf. Selbstständig. Patient in staatlicher Nervenanstaltung. Hau ab! Ja, ist ja gut. Ich wurde erkannt. Ach, egal. Ich will jetzt eine Mission machen hier. So. Ja, schon wieder drücke ich hier Escape. Was ist hier? Direkt in der Nähe. In unmittelbarer Umgebung sozusagen. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ja, ist auch gut. Alles ist in Ordnung. Das schaffst du schon. Da fahren nur... Da fahren nur... Drei Wirbel, die da durchgebrochen sind. Das schaffst du schon. So, aus dem Weg. Ich bin hier vorbei. So, dann fahrt mal. Ja, was so. Danke für den Tipp. Alter. Bist du jetzt gerade gekommen oder was? Danke für den Tipp. Nehmen wir diese Mission mal an. Bin mal gespannt, was uns hier erwarten wird. Jetzt. Der Typ bedroht meine Familie und will mich treffen. Er wusste genau, wie er mich kriegt. Gut. Ich schlucke den Köder. Ja. Was müssen wir da machen? Erreichen sie die Signalkette. Quelle. Meine Fresse des unbekannten Anrufers. Ganz ruhig. Ah. Einmal tief durchatmen. Springen können wir hier. Was? Hier haben wir eine Kamera. So. Schwachstelle erkannt. Lift. Ah, dann können wir hier runterfahren. Ah, dann können wir wahrscheinlich da hoch. Da müssen wir eh hin. Okay. Ja, hier ist eine Treppe. Da können wir mit dem Lift hoch. Oder war es hier? Hier war ein Lift. Ich glaube, der ist hier oder so. Ja. Wird nicht sonderlich kompliziert werden, denke ich mal. Aber wir klettern hier einfach hoch. So geht's auch. Schaltkasten. Nein. Was? Ich verstehe den Sinn dahinter immer nicht. Ups. War's nicht. Oha. Ist ja gut. Ist ja gut. So, klettern. Der Datenfluss teilt sich auf. Es gibt zwei CTO-S-Kästen. Zwei CTO-S-Kästen. Wird in einen... Schwachstelle erkannt. Ja. Das aktivieren. Ich... Wie soll ich denn hier aktivieren? Bin ich gerade wieder zu dämlich? CTO-S-Kästen aktiviert. Ach du Scheiße. Das geht nie ab. Was sollen die ganzen Schaltkästen hier? Weil ich... Verstehe den Sinn dahinter nicht. So, ich bin jetzt hier vor. Aber es wird mir keine Tasse hier angezeigt. So, da vorne ist eine Kamera. Guck mal hier durch. Ich kann schon wieder was sprengen. Komm. Als es so viel Spaß macht. So, hier ist auch nochmal eine... Ah, guck mal da oben. Ah, ich glaube hier müssen wir hin. Entriegeln. So. Das haben wir jetzt hier entriegelt. Genau. So. Einen Schaltkasten haben wir schon mal... Aktiviert. Ist vielleicht nur noch der zweite. So, wir haben ja wieder hier. Wann hat der Lift... Irgendwo muss hier doch noch... Einfach nur aus Prinzip. Ja, ja. Ruhig bleiben. Da ist aber mal eine Kamera. Wofür die uns denn nennen? Hier haben wir diese... Die Energielinien oder wie auch mal das genannt wird. Stromlinien. Ich weiß es nicht. Kann man die eigentlich unendlich oft sprengen? Ich habe das Gefühl, ich habe das jetzt schon dreimal gesprungen. Naja, das war was anderes eben. Okay, kann man den jetzt aktivieren? Aktivieren. Ich will den aktivieren. Wieso geht das nicht? Okay. Ich gehe hier nochmal runter. Und zack. Da oben haben wir noch was. Achso. Ja, aber da war ich doch gerade mit der Kamera, oder nicht? Da habe ich doch den Einschaltkasten... Da habe ich doch schon aktiviert. Oder nicht? Wann hier so ein Rohr hochklettern? Ne. Nee, das geht natürlich nicht. Ja, wie gesagt. Den haben wir hier gerade schon aktiviert. Der läuft. Ich hecke mich mal hier nochmal in die Kamera rein. Schwenke mal nach hier hin. Aktivieren. Wie? Ich kriege hier gerade Zustände. Dass ich das jetzt nicht hinkriege. Vielleicht gucke ich mal irgendwo. Vielleicht google ich das mal. Vielleicht gibt es da schon mal irgendwie eine Lösung zu. Ich glaube irgendwie... Ich hänge mich gerade fest. Ich verstehe nicht. Also das ist ja hier dieses gelbe Symbol. Was auch eigentlich bedeutet. Erreichen. So. Dann komme ich hier hin. Dann erreiche ich das. Dann steht hier auch noch aktivieren. Aber egal. Wenn ich die Q-Taste drücke. Was? Dann steht hier aktivieren oder aktiviert. Ne, aktivieren. Ich habe mich nicht verlesen. Wenn ihr jetzt die Q-Taste... Oder muss ich den... Irgendeine andere Quelle aktivieren. Kann auch sein. Da stelle ich mich ja nur blöd an. Guck mal da hinten. Da geht es nämlich noch weiter. Ach. Da hinten geht es auch nochmal rum. Guck mal. Vielleicht verstehe ich das Ganze hier auch noch falsch. Vielleicht muss ich den hier so... Remote mäßig aktivieren. Ja, guck mal. Hier ist der Lift. Da ist auch nochmal eine Kamera. Ach, guck mal. Hätte ich mich nun mal nicht so blöd angestellt. Entriegeln. Facepalm. Aua. Das tat sogar ein bisschen weh. So. Mein Gott. Ey. Eine ganze Folge mit so einem Schwachsinn hier verbracht. So. Jetzt können wir das hier hacken. Oder wie? Geh da mal hin. Guck mal. Hier ist sogar eine Leiter. Hier können wir sogar wunderschön... Also eine Treppe. Treppe, Leiter, Leiter, Treppe, Treppe, Leiter, Leiter, Treppe. Yes. Oh nö. Äh. Von zwei Richtungen braucht der Zugang. An die eine Richtung... Machen wir mal... Stellen wir schon mal so her. Dann haben wir hier so einen... Zack. Ja, den brauchen wir doch gar nicht. Ach ne. Komm. Jetzt stell ich nicht so an. Muss ich hier aber auch nochmal kriegen? Mh. Dann müssen wir den hier... Was ist das denn hier? Was bist du denn? Ach so. Der braucht von zwei Richtungen einmal Strom, damit er hier aktiviert werden kann. Dieser hier. Ah. Okay. Äh. So. Endlich. Nein. Äh. Wo kommt denn der Strom her? Hier. Das ist die Signalquelle. Scheiße. Der braucht schon mal... Okay. Man muss halt erstmal verstehen, was man hier überhaupt machen muss. Und... Nein. Der geht nur so. Äh. Dann müssen wir den hier so rumladen. So. Ah, genau. Dann haben wir das. Was zur Hölle ist das? Bellweather. Bellweather. Greifen Sie auf das Netzwerk zu. Untersuchen Sie das Apartment. Und genau das machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Watch Dogs. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn ich jetzt gerade eben einmal ein bisschen Brett vor dem Kopf hatte. Ähm. Naja. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja. Dann, äh. Bis zur nächsten Folge. Und, äh. Ciao. Und, äh. Haut rein.